Unbestritten stellt die zentrische Kieferrelation in Verbindung mit der Okklusion die Basis für langfristig erfolgreiche prothetische Restaurationen dar. Und so widmete sich die Potsdamer Runde der Dentalbalance GmbH dieser Voraussetzung für Funktion und Ästhetik. Als Referent konnte Zahntechnikmeister Max Bosshardt gewonnen werden, der in einem kurzweiligen Vortrag das Schwerpunktthema im Laufe des Abends aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtete. Der interdisziplinäre Ansatz, den die Dentalbalance GmbH mit der Fortbildungsreihe verfolgt, macht die Potsdamer Runde für qualitativ interessierte Zahntechniker wie Zahnärzte gleichermaßen empfehlenswert und bietet die Gelegenheit zu gegenseitigem Austausch und Vernetzung unter Fachleuten.